willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play pokémon xd also wir waren gerade bei diesen hauptschüler oder sonderschüler die gesagt haben sie sind acht personen jetzt gehen wir in das gebäude rein du hast dich schon alle besiegt da war noch ein gebäude drin nein da ist noch ein gebäude da muss ja und wir haben jetzt eine andere camp das boston doch wir wissen ja auch dass die quali etwas besser sind ein pokémon geschwächt ne ja ich weiß gar nicht wir haben drei neue spiele gewählt der drei neue spiele und die wollen fragen also wir haben zum beispiel erstens allstar racing ja also das neue von sonic so kalibur 2 und pokémon battle revolution und so kalibur 2 2 ach so also könnt ihr kommentar schreiben wie die spiele sind als allstar racing soll kalibur und pokémon battle revolution jederzeit ein gemein also jetzt töten sie hoffentlich viel mehr diesen geist pokémon nee doch nicht oder teddy fang steckdose blöd jetzt mal zuerst ist ein normales normales geist normal hat er noch geist im spiel gesagt vergesst nicht zu sagen ähm kratz furie ist normal stimmt ach es hat keine wirkung ach er hat stimmt ist ja wie ganger ja es ist stark es ist nichts das war nicht so schlimm das war nicht so schlimm nicht donnerstack auf innen kratzt furie auf eng nie klingt boah hälfte naja fast weg ok ja hast recht was machst du da ich gucke was kannst du das nicht später gucken nein ey die machen ja nur so effekte ok nachnebeln ok auch nicht das ist die Idee nicht wieder ok doch kratz furie ging daneben ey du musst ey du musst mal sterben ey du hättest mal betroffen fass level ab man ist auch noch ein Wind ja komm doch jetzt hier hin I'm a man was haben die geschrieben nix richtiges nix richtiges nix richtiges scheiße sie müssen auch mal die anderen trücken Pokémon besiegen damit sie erstmal gehypt sind ja das können wir nochmal das machen wir aufdrehen Wir gehen zum Duellberg trainieren, bringt mehr! Hoffentlich entwickelt er sich mal! Oder in der letzten 30 war Entwicklung. Irgendwann, das ist ein paar später. Wir lernen auch keine neue Attacken. Die haben auch Hunde im Dämon. Ja egal, nehmen wir später alles mit. Wir machen das erstmal so. Wie lange noch? Ok, ich hab gerade Pokémon nie geheilt. Und jetzt gehen wir... Ich glaub, nächste Stufe. Ich glaub, das ist nur der Stufenkampf. Ich muss nicht hier raus. XT-001. Ja, das ist Lugia. Was? Der Käft gegen Doktor? Mhm. Der hat auf der einen Pokémon, der ist Krypto. Ich hab schon mal deinen Pokémon. Hage. Ne, ich den bitte. Ne. Ich hab schon mal deine Die Typen haben was gegen dich. Ich glaube, die Typen haben was gegen dich. Ja, ich soll nicht den Professor retten. Sauber! Sehr schön. Haha. Ja, das ist ein Diagnau. Auch mal keiner kann Lüfte zur Zeit. Es ist sehr langweilig, wenn ich einen Lüfte gut mache. Wo ein Schlag. Und Resident Evil wird auch irgendwann noch weitergehen. Ich brauche es jetzt zu sagen. Ja. Als ein Pokémon und ich sehen, haben wir eine Weiterbildung. Weil es ja gut läuft. Und wir werden es auch durch haben. Und wir zeigen euch, wie wir das durchspielen durch. Gemeinsam. Diesen Punkt. Ja, du hast mich besiegt. Tschüss. Ja, die Karte. Okay, geh zurück. Rossmann, die Karte. Geh den andern Weg. Ich laufe ihm mal nach. Vielleicht finde ich ihn noch. Ja. Okay, geh zurück. Hey. Wo kommen die alle her? Alle Hauptschüler jetzt. Jeder einzige Hauptschüler kommt. Naja, es ist ein Weiblicher. Ja, ein Weiblicher. Schvalvini ist cool. Die Entwicklung finde ich cool. Schvalvini ist cool. Ja, aber Schvalvini ist billig. Die Entwicklung ist stark. Ja, die Entwicklung. Ja, wenn du den hast, dann trainieren, trainieren. Ja, das ist ein Weiblicher. Ja, aber Schwalvini ist scheiße. Ich kippe. Nur 88. Schlaufe. 2 oder 8. Oh, sieben Minuten. Sauber. 1 oder 2 Mal. Mach eben noch den Kampf fertig. Ich kann noch länger machen. Ja egal, wir machen weiter 8 Minuten. Das reicht. Gucken wir denn das? Ja, weil 8 Minuten reicht. Warte. Wenn jeder 8 Minuten hat, das reicht. Ach ja. Und tschüss. Also, jetzt gehen wir ganz kurz mal. Wenn nix Gegner kommen, dann kannst du spielen. So, jetzt verabschiede ich mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.